Schön, dass Sie uns auf unseren Internetseiten besuchen. In unserem Filmtitel lesen Sie auch den Begriff Autark. Der Begriff Autark meint in seiner Grundbedeutung so etwas wie Unabhängigkeit und Freiheit von äußeren Einflüssen und Leistung. Für einige sind autarke Häuser schon solche, die ihren Strom völlig selbst produzieren. Andere lassen dagegen nur echte Autarkie, also die komplette Unabhängigkeit von allen Arten von Versorgungsnetzen gelten. Im gegenwärtigen Sprachgebrauch ist wenigstens innerhalb der Massenmedien mit Autark vor allem energetisch autark gemeint. Darunter fällt aber schon jedes Wohngebäude, auf dessen Dach sich eine Photovoltaikanlage befindet und das seinen Strom nicht aus dem öffentlichen Netz bezieht. Ganz abgesehen davon, dass ein grundlegender Anschluss an das Netz in den meisten Fällen vorhanden sein muss, einerseits weil für das Errichten des Hauses meist Baustrom für die Baumaschine benötigt wird, andererseits weil beim Wiedereinspeisen von erwirtschaftenden Überschüssen an Strom in das öffentliche Netz hier eine Verbindung zu diesem Netz bestehen muss. Wir haben andere Lösungen zum Anbieten. Autark ist bei uns eine Versorgungsebene mit Rückgewinnung über Batterien. Viele Themen und Fragen gibt es zu unserem Angebot. Daher setzen Sie sich doch einfach mit uns mal in Verbindung. Wir sind Spezialisten und beraten Sie über den neuesten Stand und über den Begriff Autark wertfrei und ehrlich. Die Firma Rotherm Bauenergetik Christian Roth ist in Zusammenarbeit mit Geho Solartechnik in Saulgau Sachverständiger für Gebäudeenergieberatung, Fördergelder des Bundes, Luftdichtigkeit in Gebäude, Wärmebrückenberechnung, Heizlastberechnung sowie Photovoltaik und Schimmelpilzbewertung. Rotherm Bauenergetik Christian Roth und Geho Solar Saulgau, zwei starke Partner an Ihrer Seite. –